Hi, mein Name ist Gru Ralf und ich komme aus dem schönen Salzkammergut in Oberösterreich. Ich bin 27 Jahre alt, verheiratet, Familienpapa und hauptberuflich Wissenschaftler in der Automobilforschung und Lehrender an einer Fachhochschule. Ich bin dann über die 4U Challenge zum Tierarmix gekommen und war sofort Feuer und Flamme dafür und bin jetzt nebenberuflich Tierarmix-Berater. Mein Name ist Eva Brandhuber, ich bin 36 Jahre alt, Mutter von zwei Kindern, verheiratet und wohne in Oberösterreich im schönen Innviertel. Seit 2016 bin ich Thermomix-Repräsentantin und seit 2018 sogar Thermomix-Teamleitung. Ich liebe besonders an meinem Job als Thermomix-Repräsentantin den Kontakt mit anderen Menschen. Ich koche persönlich voll gern, aber es macht so Spaß, wenn man in die verschiedensten Küchen kommt, Menschen kennenlernt, die verschiedene Charaktere haben und wir dann gemeinsam kochen. Hallo, ich bin Janine, ich bin 31 Jahre alt, komme aus Verradlberg und bin gelernte Kinderkrankenschwester. Zurzeit bin ich in Karenz, zu Hause mit zwei zuckersüssen Mädels. Die Flexibilität von Thermomix ermöglicht es mir ohne Probleme, einen Familienjob und das Studium unter einen Hut zu bekommen. Wenn ich Freizeit habe und freie Valenzen habe, dann kann ich mich um Thermomix kümmern. Und wenn ich jetzt gerade eine stressige Zeit habe und im Studium viel zu tun habe, dann wartet das Thermomix-Business einfach auf mich, bis ich wieder Zeit habe. Was mir bei Thermomix auch voll super gefällt, ist, dass wir ein Team sind. Man ist nicht alleine, sondern kann eben Fragen jederzeit klären. Man kann gemeinsam Erfolge feiern und sich gegenseitig unterstützen. Wir sind einfach wie eine zweite kleine Familie.